Einen schönen Juden meine Heyday Freunde und Agrarwissenschaftler. Heute Montag und wie gestern versprochen kommt natürlich heute das Video über das Derby und ein paar Kleinigkeiten nebenbei. Wir sind natürlich extrem gespannt, welchen Platz wir gemacht haben. Es bleibt beim ersten, war mir aber auch irgendwie klar, es bleibt beim ersten. Die haben dann nicht mehr aufgeholt. Wir haben dann auch alle eine zehnte gemacht. Jawoll. Was gibt es denn? Da frage ich mich manchmal wirklich. Also wenn ich schon 10 Dias ausgebe, kann es da nicht was anderes geben? Ich bin ja nicht so wählerisch, aber diese alte Deko da und vier Dynamitstangen. Na gut, aber nichtsdestotrotz, wir haben Gold geholt. Ich freue mich natürlich. Nicht nur für mich, auch für die Gemeinschaft. Und ja, aber die Geschenke sind nun mal, ja wir wissen es halt. Es ist nichts Besonderes. So nehmen wir mal an. So und hier hatten wir ja auch gestern schon reingeguckt. Hier auf jeden Fall die Klorolle. Was machen wir hier? Nehmen wir die Bretter. Hier nehmen wir den Spaten. Hier nehmen wir die Axt. Hier auf jeden Fall das Puzzleteil. Die Schindeln. Hier hatte ich gesagt die Blaupause. Puzzleteil, sowas kommt natürlich auch gleich mit. Die Klorolle auch und zack. Und da machen wir auf jeden Fall die Klebis. So. Baum. Sehr schön. Sehr schön. Und dann gucken wir mal. Weltrangliste. Wo sind wir? Wir sind sogar aufgestiegen. 539. Alter Schwede. Alter Schwede. Unter 1000. Wir sind unter 1000. Respekt. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Ansonsten. Gucken wir hier nochmal rein. Wir haben Neuzugänge gehabt. Drei von der Zahl. Einmal Chili. Ähm. Moment. Das muss ich auf den Dings machen. Was hatten wir denn noch? Chili ist dazu gekommen. Nada ist dazu gekommen. Und. Moment. Da waren noch drei Manikens. Äh. Bin ich jetzt doof? Maria. Genau. Maria ist noch dazu gekommen. Ist doch alles da oben. Genau. Chili. Maria. Und Nada. Ist dazu gekommen. Jawoll. Dann sind wir jetzt auf 26. Oh. Die Gruppe füllt sich. Die Gruppe füllt sich. Ja. Die Gemeinschaft. Ja. Oh. Schon ein bisschen durcheinander. Das ist also. Das ist wirklich heute die Wärme. So. Wir greifen nochmal ab. Hier sammeln wir auch nochmal ein. Ähm. Komm. Ach ne. Da fehlen ja welche. Wir holen Paket. Wir holen Paket. Und jetzt warte ich drauf. Nicht wie gestern. Dass ich es wieder vergesse. Äh. Äh. Dass das Paket nicht kommt. Oder das ist. Dass ich das Paket vergesse anzunehmen. Das Paket ist ja gekommen. Aber. Ich habe vergessen. Anzunehmen. Aber ich habe es ja. Im Nachhinein. Beim schneiden noch gemerkt. Und nochmal. Schnell. eine kurze Sequenz aufgenommen. Im Übrigen. Äh. Wie gefällt euch. Mein neues Design. So Hintergrund. Ein bisschen Heyday mäßig. Hatte ich gedacht. Und. Ähm. Ja. Hm. Diesen schwarzen Balken. Den möchte ich nochmal irgendwie wegkriegen. Ich weiß noch nicht wie. Aber da mache ich mal. Muss ich nochmal gucken. Das wird wahrscheinlich aber auch ein bisschen Arbeit. Und Zeit. In Anspruch nehmen. Irgendwie so eine Maske noch rüberlegen. Dass dieser schwarze Balken unten. Der stört mich irgendwie so ein bisschen. Ähm. Dass der nochmal wegkommt. Aber was ich da so genau mache. Weiß ich noch nicht. Handy Einstellung. Bringt irgendwie nichts. Irgendwie die Auflösung. Oder Format. Hat nichts gebracht. So. Wir gucken auf jeden Fall rein. Was gibst. Eine goldene. Naja. Naja. Man. Will nicht klagen. So. Hier wollen wir gleich mal kurz ernten. Äh. Bin heute auch wirklich spät dran. Aber ich habe es ja gesagt. Es kann heute später werden. Aber nichtsdestotrotz. Ich bin heute auch wirklich spät dran. Das Montagsvideo ist ja irgendwie Pflicht. So. Machen wir auch gleich mal ein bisschen Weizen rein. Hier schon. Und. Nochmal für die Zootiere. Da muss ich auch nochmal ein bisschen vorbereiten. Morgen im Übrigen. Normales Derby. Äh. Steht da drinnen. Nächstes Derby. Beginn. Ja. Ist ganz normales Derby morgen. Wird ja auch mal Zeit. Kein Häschen gedönsel. Und hast du nicht gesehen. Ganz normales. Stinknormales Derby. Was ich vorbereite. Weiß ich noch nicht. Ähm. Ähm. Super Kleinigkeiten. Aber auf jeden Fall Apfelsaft. Denke ich mal. Ei und Speck. So meine Standarddinger. Auf jeden Fall die Stadt auch voll machen. Ja. Mal gucken wie viel wir morgen im Derby drinne sind. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Dreizehn. Vierzehn. Fünfzehn. Sechzehn. Siebzehn. Siebzehn Mann im Derby. Passt. Das passt. So. Dann haben wir noch als letztes. Meine Freundin Maggie ist da. Was nehmen wir da? Mh. Altes Kupfer. Rote Bretter. Ja. Plastersteine. Ja. Ich möchte ja eigentlich dieses Angel. Oder dieses Hafen. Oder Schiffsdinge da rum. Drum rum. Das möchte ich eigentlich behalten. Das gefällt mir gut. Äh. Rote. Nö. Das gefällt mir auch gut. Und dieses Kupferdach. Nö. So. Beim Wagen. Uh. Was Neues. Zack. Feuerig. Aber das alte gefällt mir besser. Boah. Vierhunderttausend. Hallo. Hallo. Geht es noch? Ja. Das rote. Das sieht auch nicht aus. Das würde zum Beispiel aussehen. Aber. Und die schwarzen Reifen. Ne. Also wenn wir jetzt alles zusammen kaufen würden. Ja. Das würde gut aussehen. Aber das würden 30 grüne. Ein lila. Ein blauer. Und 40. Ne. Ne. Machen wir nicht. So. Der Stand. Äh. Was haben wir hier. Wobei. Das sieht. Besser aus. Nö. Haben wir das schon mal. Haben wir schon was grünes. Also das würde ich sagen. Ja. Komm. Das kaufen wir mal. Äh. Kaufen. Jawohl. Bam. 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 Jetzt bastelt es uns hier was hin. Und. Jawohl. Dankeschön. 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 So. Was wollen die hier oben. Die Stadtbewohner ist ja heute. Ne. Das kriegen sie nicht. Und das kriegen sie auch nicht. Ist ja heute. Unrat verkaufen hier. Flohmarkt. Ja. So viel habe ich nicht mehr. Ich habe eigentlich schon alles. Vertickt gehabt. So. Wollen wir mal Weizen. Anpflanzen. So. Hier machen wir auch mal. Die Heichhörnchen. Und. Hier die Bienen. So. Ja. Das soll es. Das soll es eigentlich gewesen sein. für heute. Ich bedenke mich fürs Zuschauen. Viel Glück da draußen. Schönes Leben. Euer Onkel Jens. broadly geht es dabei zuaca. nasht mal inwesendation. Mm hmm. Ja, mic close Clifford.